Willkommen zurück zu einem neuen Part von FIRE! In der letzten Folge haben wir wieder zwei Level hinter uns gebracht, das heißt insgesamt haben wir schon sechs Level geschafft. Und ich würde sagen, dann betreten wir einmal das siebte. Und wenn es das ist, von dem ich denke, dass es das ist, ist es ein ganz ganz tolles und innovatives Level. Genau, hier sind wir. Da haben wir wieder unser kleines Tierchen, das wir einsammeln wollen, kommen aber nicht heran. Also gehen wir erstmal weiter. Und zurück kommen wir nicht mehr. Hier haben wir ein schwarzes Loch. Ich zeig euch mal, was passiert, wenn wir hineingeraten. Genau, wir werden hineingesaugt und starten wieder am Anfang dieses Bildschirms. Wie können wir das deaktivieren? Ganz einfach, hier sind immer Planeten und wenn man die Maus da drauf bewegt, dann verschwinden die schwarzen Löcher. Also ziehen wir mal los. Es ist vielleicht ein bisschen langsam das Level an sich, aber ich finde es echt cool gemacht. Man muss halt immer erstmal herausfinden, wie kann man dieses Level lösen und dann macht man es. Und es ist natürlich auch sehr kreativ alles wieder. Genau, und hier müssen wir jetzt mal genau andersrum. Zuerst diesen Planeten und dann diesen berühren. Und ja, geschafft. Okay, die Planeten sind verschwunden und hier haben wir erstmal nichts. Also gehen wir weiter. Ah ja, da müssen wir quasi puzzeln. Wir haben hier immer eine Form vorgegeben. Und dann müssen wir die passende Form finden. Am Anfang ist das gar nicht mal so schwer. Es gibt noch vorderndere Puzzle-Abteile, nenne ich es mal. Aber es ist ja kein einzelnes Level. Aber es ist auch echt cool, weil man quasi diese Brücke vervollständigt. Genau, hier müssen wir diesmal unten rechts anfangen. Mal gucken, das könnte das hier sein. Ja. Jetzt brauchen wir ein kleines mit einem Zacken. Das könnte das sein. Das ist eindeutig. Dann wird es wohl das hier sein. Das große. Und das hier. Und die nächste Brücke ist vervollständigt. So. Das... Nein? Ne, das war es nicht. Müssen wir aufpassen. Weil hier... Ich erinnere mich daran, habe ich erst etwas länger festgesteckt. In der Demo. Äh, Demo? Nein, es war keine Demo. Es war eine Beta. So. Okay. Welches ist das? Jetzt müsste das hier sein mit dem Zacken. Da brauchen wir jetzt... Wo ein Knubbel hier so ist. Ist es das hier? Ja. Dann jenes. Das. Dann ist es das hier. Das. Zuerst das hier noch. Und das hier. Okay. Ich glaube, das war auch schon wieder das letzte von den Puzzle-Abteilen. Okay. Ah. Mhm. Ein bisschen Space Invaders mäßig. Stimmt. Die werden immer schneller und man muss den Weg berücksichtigen. Ah. Das war zu früh. Es kann sich nur um Jahre handeln. So. Nö. Ich habe einfach mal ins Blaue geschossen. Genau. Weil ich gehofft habe, den da oben zu erwischen. Wunderbar. War es das schon? Schade. Okay. Aber da war, glaube ich, auch eine kleine Brise Glück mit dabei. Ah. Und jetzt müssen wir quasi um die schwarzen Löcher herumfliegen. Okay. Den ersten Bildschirm haben wir geschafft. Es ist gar nicht mal so einfach. Oh. Nein. Gegensteuern. So. Sehr gut. Und jetzt kommen bewegliche schwarze Löcher. Aber das schaffen wir natürlich mit Leichtigkeit. Das bewegt sich diagonal. Ich würde fast sagen, dass wir wieder oben lang fliegen. Sehr gut. Ja, die waren auch in der Demo schon nicht ohne. In der Demo sage ich andauernd. Es war eine Beta. Es war in der Beta auch schon nicht ohne. Dieser Abteil hier. Uh. Ich möchte gerne oben lang. Hier runter. Bremsen. Und durch. Wunderbar. Ach. Das haben wir geschafft. Wieder ein Leerbildschirm. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo die Münzen versteckt. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Da haben wir zum Beispiel eine. Die sehe ich. Jetzt wo ich gerade davon gesprochen habe. Okay. Au. Die Erde wird angegriffen. Aber macht nichts. Wir kommen weiter. Ist nicht unser Bier. Oh, scheinbar doch. Oh nein. Ich finde sowas doch so schlecht. An diesen Part erinnere ich mich gerade zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir insgesamt alle einmal getroffen haben müssen. Also ob die quasi wiederkommen oder ob das einfach immer neue sind. Naja. So. So ein toller Highscore war das jetzt nicht. Aber gut. Das Level haben wir auch geschafft. Neben dem Musiklevel war das übrigens eines meiner Lieblingslevels. Okay. Was haben wir hier? Ein sehr großes Level. Die Musik ist auch wieder wunderbar. Total schön. Okay. Meine Katze meckert, falls ihr das hört. Mit ihm hier können wir sprechen. Zumindest so einigermaßen. Oh, wir haben einen Stein bekommen. Aber wir müssen weiter mit ihm sprechen. Da quatsche ich jetzt einfach mal drüber, weil wir verstehen sowieso nicht, was sie sagen. Und es ist auch nicht so spannend. Ihr wisst, normalerweise würde ich da nicht drüber labern. Und auch Unk ist eingeschlafen. Und der überschüttet uns mit Geschenken. Das ist quasi, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen als Parodie an solche Adventures gedacht, weil man immer mit den Leuten labern, also reden muss. Und es ist manchmal echt öde. Aber gut. Unk hat sein Schläfchen gehabt und sollte jetzt ausgeruht sein und mit uns weiterspielen können. Und wir müssen eine Frau retten. Und erstmal hier etwas puzzeln. Hm. Mal gucken. Nee. Wenden wir einfach mal alles auf alles an. Nö. Ach doch. Tatsächlich. Es hat den, ähm, den Schinken abgenagt. Jetzt können wir das Schweinchen töten und haben einen neuen Schinken. Er hat den Schinken erneut abgenagt. Können wir es hier damit jetzt mal trittieren? Ah. Wunderbar. Ich habe hier übrigens eine Münze gesichtet. Okay. Ah. Das ist ein Schlüssel. Und meine Katze macht noch mehr Kraft. So. Mal schauen. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Ja gut. Unser Wesen, das wollen wir haben. Mit ihm haben wir schon gesprochen. Hast du noch was zu sagen? Nö. Er sagt uns nur, wir sollen die Frau retten. Dann einmal rein in die Höhle. Ah, da haben wir ein Glühwürmchen. Und es wurde aufgefressen. Und es wurde aufgefressen. Aber gut für uns, wir können es nämlich jetzt mitnehmen. Und uns den Weg erleuchten. Mal gucken. Mal gucken. Hier waren überall so Symbole zum Beispiel versteckt. Ich hole mir mal wieder einen Zettel und male das erstmal ab. Weil das ist Teil eines Rätsels. Ja, so ein bisschen wie ein Pie-Zeichen ist das hier, ja? So. Was haben wir da? Ein weiteres Glühwürmchen. Komm mit! Da oben haben wir nichts. Wir gucken gleich trotzdem nochmal weiter. Weil hier könnten hier Münzen und weitere Symbole versteckt sein. Okay. Zum Beispiel diese Münze hier. So. Hier haben wir Licht. Also kann es weitergehen. Okay. Diesmal können wir direkt mit diesem Wesen hier anfangen. Okay. Hm. Wie kam dieses Skelett hierher? Ah, da haben wir ein weiteres Symbol. Oh Gott, das ist aber gar nicht so einfach aufzuzeichnen. So ein großer Klotz mit zwei kleinen und einem anderen und einem X dazwischen. So ungefähr sieht es zumindest für mich aus. Oh nein, ich wurde aufgefressen. Na gut. Verdammt. Ich habe gedacht, ich würde da durchpassen. Schnell. Okay. Ah, da haben wir noch eins von diesen Glühwürmchen. Das kann gegessen werden. Und hier unten noch eins. Gibt es hier noch irgendwelche Sonderabteilungen? Nö. Okay, also können wir hier einfach weitergehen. Okay, hier ist noch so ein Symbol an der Wand. Das brauche ich ja dann nicht abzeichnen. Ich hoffe, drei reichen. Normalerweise waren es doch immer vier bisher, oder? Da ist dieses und wo ist unser Pi-Zeichen? Da. Nee, es fehlt tatsächlich eins. Dann gehen wir doch nochmal zurück und schauen, wo wir das übersehen haben könnten. Vielleicht ja sogar im ersten Bildschirm außerhalb der Höhle, dass ich da noch gar nicht drauf geachtet habe. Ja, da ist es tatsächlich. Und zwar da. Das male ich auch ab, auch wenn ich es mir vielleicht merken könnte, aber... Nee. Okay. Also gehen wir wieder rein. Uh! Unke ist echt süß. Okay, das hier müsste es gewesen sein. Yes! Und jetzt kommt so eine Art Minispiel. Und zwar müssen wir dieses hier, diesen Oktopus, zu ihr leiten. Das Blöde ist einfach, wir können nicht zweimal in die gleiche Richtung. Das heißt, wir müssen ihn erst etwas umständlich durch die Gegend leiten. Aber das kriegen wir auch hin. Genau. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber das kriegen wir hin. So, dann nochmal runter. Hoch. Das ist, wie gesagt, ein bisschen umständlich. Wäre ein bisschen... Ja, schneller und auch angenehmer, wenn man zweimal auf den gleichen Tentakel springen könnte. Aber so geht es ja auch. Kriegen wir hin. Und jetzt kann er die Frau retten. Ach, stimmt. Und die Tentakel ändern sich. Äh, gucken wir mal. Genau. Dann wollen wir einmal... Hoch, würde ich sagen. Dann gehen wir einmal nach rechts. Nach links. Und wieder nach oben. Dann wieder nach links. Hoch. Oh nein! Ach so, sie sind verlaufen. Aber wir haben uns ja gemerkt, wie es lang geht. Da lang. Runter. Wahrscheinlich sind wir zu oft draufgesprungen und deshalb ist es kaputt gegangen. Das arme Tentakelmonster. Es tut mir irgendwie leid. So, gleich haben wir es geschafft. Nur noch ein paar Sprünge sind wir fern. Und ein letztes Mal. So, wir haben die Frau gerettet. Was ist eigentlich hiermit? Können wir das anklicken? Nein, es beobachtet nur. Denn die dritte Münze könnten wir vielleicht sogar auch mal versuchen zu finden. Aber, naja. Ich mache ja wahrscheinlich sowieso einen Zusatzpart. So. Ah, hier haben wir gar kein Rätsel. Ja, dann durch die Tür. Hier hast du deine Frau zurück. Und wir kriegen unser Wesen. Und das war's. Und das war's dann auch schon wieder für diesen Part. Dieses Mal mit viel Beachtung meiner Katze. Ich würde sagen, ich beende den Part und kümmere mich ein bisschen um das kleine Tierchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!